Was ist das denn für ein Start? Einfach mal den Block verfehlen. Irgendwie komme ich nicht mehr über den Trick hinaus. Danke. Was ist los mit mir? Wo ist meine Konzentration? Hallo. Das war knapp. Ich habe Essen. Herzlichen Glückwunsch, Zeital. Was denn genau? Chips. Ein Sandwich. Hallo, Konzentration. Hier spricht Xeneres. Ich hätte dich gerne wieder zurück. Ich weiß, wir haben unsere Differenzen, aber ich liebe dich. Konzentration. Komm bitte wieder zu mir zurück. Ohne dich kann ich doch nichts. Bolognese. Mit oder ohne Spaghetti? Einfach nur eine Bolognese. Das wäre seltsam. Das ist ein RNG. Ist der genau gesprungen, als ich die Rakete geschossen habe? Das war unlucky. Mit Forehead. Bolognese ohne Spaghetti. Loll, bist du, bist du behindert? Bist du nicht mehr ganz normal? Was ist das eigentlich für ein Nemo? Das ist neu, oder? Das ist dieses... Dieses Fischgesicht. Ich kenne das noch gar nicht. Also ich habe schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie man schreibt. Ich kenne das noch gar nicht. 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 Was zum Teufel? Oh, das war gerade sehr, sehr knapp am Gold-Split. Das war sehr, sehr knapp. Das waren Millisekunden vom Gold-Split entfernt. Nein! Dumm! Wie blöd. Drei Sekunden verloren für nichts. Das nenne ich unnötig. Äh, was? Hallo? Xone, zwölf Millisekunden vom Gold-Split entfernt. So, diesmal vielleicht? Danke. Geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Meine Güte. Gut, alles daneben geschossen. War das richtig? Habe ich ihn gekillt? Ja, ich habe ihn gekillt, oder? Okay. Okay. Glück gehabt. Ich dachte für eine Sekunde, er hätte sie überlebt. Also, Kraid braucht sechs Super-Missiles, bis er drauf geht. Oh, das war ein Late-Split. Aber ich habe trotzdem Zeit verloren. So, jetzt wird Zeit gespart. Jetzt gibt es einen Gold-Split. Hoffe ich. So, jetzt wird es ein Gold-Split. Nice. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite, die es nicht gibt. Haha, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, wieso? Lass dich doch nicht treffen. Was zum Treffeln tue ich hier? Was zum Treffeln ist, was du? F**k. Meeee! Könnte alles besser sein hier. Alles zu schlecht. Hallo? Hallo. Hey Paddy. Hey Sirenox. So, diesmal muss ich mich nicht heilen. Bot geht wieder. Sehr gut. Das geht aber... Oh. Oh. Das geht aber mit dem Holzbruch. 10 Sekunden war es. Nicht ganz. 14 Sekunden. Holy shit. Und das könnte hier noch besser sein. Das war richtig schlecht hier. Okay. Ich glaube, Sub 16 ist möglich. Ich glaube, Sub 16 ist möglich. Hmm, bad RNG. One penny we get! Äh, doch, hier lang, wozu ein Geier was macht ich? Ja, mir ist auch ganz, äh, ganz warm ums Herz gerade. Und um den Rest des Körpers. Aber nur weil ich streame. Jedes Mal, wenn's warm ist und ich streame, dann, dann wird's mir heiß. Wenn ich nicht streame, dann nicht. Ich weiß auch nicht. Shit. ... ... ... Oh, okay. Das war's für heute. Irgendwie hier muss ich das noch irgendwie besser machen. Fuck. Damn, son. Natürlich muss der noch im Weg stehen. Ich bin der noch nicht. Ah! 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 What the hell? Oh, hatte ich schlechte Drops? Oh wow. Der Fight war trotzdem ganz schnell. Welche Zahl welche ist? Bunte Farben. Ja, dieser Teil des Games ist nichts für Epileptiker. Nicht so gut, ne? Nochmal ein goldes Pap-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. 1611. Die erste war das, was ich schreibe. Die andere zeigt. Ich glaube die Zahl, die größer ist, ist die Zeit. Wahrscheinlich. Machen wir mal Cookie, Cookie. GG. Thanks. DJ Magetta. Magette. 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 Danke. User. Soll ich. Mickey hat immer noch 34.000 Posts. Jesus Christ. Wo ist er denn? King Monkey. 8.684 Posts. 31.949 Minuten. LP Fraktura 104.000. GG. Bin mal weg. Alles klar. Protoplasma. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Ein paar weniger Stunden. Emoticon. Sabaping. Sabaping. Und die hier? Sind die auch global? Squid 1. Squid 2. Squid 3. Squid 4. Okay. Hyper Blue. Ich bin aber noch nicht zufrieden mit diesem Run. Sum of best segment 16.01. Oh boy. Das heißt, mein Ridley Split, da, da wo des Gold ist, diese minus 14, die könnten auch noch mal besser sein. Bei irgendwas habe ich da auch falsch gemacht. Aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwas ist schief gegangen. 12.32. Bei Ridley, da kann ich noch mal einen Gold Split rausholen. Und bei Finish kann ich auch noch mal einen rausholen. Und dann habe ich wahrscheinlich einen Sum of best von 15 irgendwas. Die Frage ist, ob ich jemals einen Run machen kann mit 15 irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Amen.